peace leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen live stream heute zack mir mal ein bisschen gta 5 online und ich würde mich freuen wenn ihr gerne ein like da lässt und kostenlos abonniert ihr wisst ja noch die road zu 40 abos fehlen noch drei abos leute und ich wünsche euch jetzt viel spaß bei dem live stream wirklich jetzt das beste ist im gegner team sind drei prestig dreier so live stream am start nick ne weißt du bescheid der kämpft einfach hinter dem auto please fuck your mom your mother fucking es gaylord da junker hat die fressen mit ein tag packt lang beim morium was willst du alter den ersten kämpfer noch erledigt dass das ist nicht mehr zu fassen wie viele kämpfe hab ihn noch gewischt ich bin gerade auf einer kleinen streak und ich meine streak ist weg niederlage mit einem punkt die haben alle nur gekämpft wo sowas hast dich auch alter wenn sie fast da einfach nur noch kämpft weil nichts besseres egal trotzdem noch hier eine 1,5er kd geschafft ich schleppte sofort die runde weil ich mag es nicht gegen camper zu spielen es tut mir noch mal schrecklich leid dass ich schreie im live stream aber das fackt mich einfach ab ab welchem level kann man endlich den klassen id tor hier machen kein plan war das gerade ein prestig neuner nein 05 � Du bist mein erstes Kunden. Ich weiß nicht, ob er heiratet ist! Ich weiß nicht, ob er heiratet ist! Das ist kein Sexualhörer! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kann mir bitte jemand sagen, wieso jeder kennt, jeden, den ich sehe, kennt. Wieso kämmt der? Kann mir bitte jemand sagen, wieso Black Ops 4 so voller Camper sind, ist. Ne, n-n, Match verlassen. Das spiele ich nicht mit. Ne, das spiele ich nicht mit, wenn das ganze Team voller Camper ist. Spielen wir mal ein bisschen normal. Mehr Spieler bitte. Ach, es gibt auch Hardcore-Herzschaft. Mach ich später, als erstes normaler Herrscher. Dann wär's schon alles in deinem Stream. Dann geh ich rein. Also wenn du Tobias nicht kennst, Tobias ist Matthias' kleiner Bruder, der zehnmal besser als er in GTA ist. Ah, ha. Äh, Seraph oder Ruin? Sag mal, Seraph oder Ruin? Wie? Ja, du. Mir egal. Oh, okay, Seraph. Okay, Seraph. Sie kämpft mein Vater. Doch da? Ja. Okay. Oh, oh, Alter. Lol. So krieg... Ich hasse das einfach. Was? Hä? Alter, was ist das denn, Alter? Oh mein Gott, ey. Ja, moin, ich bin letzter. Man kennt ihn. Ne, ich bin sogar vorletzt. Diese Uhren und Camper sind scheiße. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja du drei, ja Karma du Barstar So ein Hurensohn Denk ich war auch gerade hier alter, die Gitarren Nein, oh bin ich blöd, alter Ja ich bin so blöd, ne Wow Sie campen wirklich überall wo man campen kann Ja ich hab endlich den Klasseneditor gekriegt Was willst du Matthias? Du kannst auch mit Justin GTA spielen Nee ich probier das was spieles Mama Mantis ist behindert Ach Matthias Das sind wirklich alles Camper Alles Ah du dreckige Ja wie der mich wegschubsen will alter Du dreckige Hunde Sondern ich fick deine Mutter so dermaßen Du Hure Die campen wirklich überall Die campen wirklich überall Machen Ja 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 Geh Ja ja Mach du Rutz so bitte Boom. Das sind wirklich so traurige Camper im Gegenderteam. So traurige Camper. Das Beste ist der 1 bis dich 2. Von den Campern. Ich habe keine Lust auf ein Spiel voller Camper. Dann komm, GTA. Nein. Vielleicht später. Ich kann nur bis 2 zocken. LOL! Was ist das denn? Ey, ist das ein dreckiger Bastard. Wie lange hast du schon dreckiger Bastard gesagt? Ey, er steht 5 Runden AFK, alter. Und dann steht er eben falsch rum. Und dann fällt er mich voll an, Alter. Bastard, ey. Verpiss dich, du Schlampe. Meine Fresse. Jetzt bist du dritter. Ich war erster Alter. Ich bin ein Bastard davon. Ich bin ein roter Bastard. Ach der vor dir. Naja. Ich hab die ganze Zeit AFK, alter. Ich hab den schon längst überrundet. Ich hab den schon 5 mal überrundet. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich hab die ganze Zeit AFK, alter. Dafür fährt der mir voll in den Gegenverkehr und rampt mich weg, der Bastard, ey. Checke jetzt einfach nicht. windschatten und er gibt kein windschatten nein jetzt nicht das ist als ob alter so ein fastrad ist das versteht die ganze zeit afk da haben wir noch die leute weg alter ich bin der dritte nein alter Prozent weiter du machst nicht mit oder bei ganz ganz ich sehe doch nicht die ganze Zeit Ich hab alle eingeladen. Ey, ich muss das ganze nochmal hier rausgehen. Schon wieder. Und überfrag mich ein. Schon wieder. Schon wieder. Warte, lass uns schon an die Steuer, sonst geht's vielleicht nicht. Ja! Nein, da oben. Oh, komm. Ich geh ja schon. Ja, komm. Ich will hier. Mach ja nichts. Kommst jetzt. Du kannst dir auch einen Trick auf den Knopfdruck zeigen. Ja, ist da halt. Ist damit. Halt mal die Schraße. Halt mal die Schraße! Ich muss... ich bin nicht das beste das ist ja wohl so ein Matthias muss ja auch reden, kann ja nichts anderes komm durch, komm durch du hohen Sohn Scheiße ich bin so dumm ne Boah ich glaube ich zopke schon Rainbow, ich hab gar keinen Bock mehr auf GTA irgendwie gerade obwohl ich erst seit 20 Minuten spiele Okay bin schon mal Level 5 Wie viel Geld hast du? Ich hab endlich, ich lass dir die 2 Ich hab ne verfickte Minuskarte, das geht nicht Das darf nicht gehen Dafür haben wir Montag frei Ja und alter Scheiße, ganz ehrlich hab ich lieber Montag 2 Stunden Mathe und bis halb 4 Schule anstatt Freitag nicht frei zu haben Ja, frei zu haben alter Ja Ist halt wirklich so ey, das ist voll traurig, dass die machen, aber na gut Dieser Huren so mit seinen Minen Wer benutzt diesen Scheißcharakter? Niemand, weil der behindert ist und niemand mag Du Fickfotze, du Fickfotze, du Fickfotze Der mit seinen Scheißschild Der mit seinen Scheißschild Der mit seinen Scheißschild Okay genug ausge... auchgeregt Sorry der Schlagraber Das hört sich einfach nur zu geil an alter Alter, wie... alter sieht das geil aus Sorry, dass ich rage, aber ich hasse dieses Spiel jetzt schon Dass du so viel schluckt Der schluckt als ein Spermer schluckenes Fickfotze Kind Was? 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 die leute alter nicht und das muss die angucken ist das land alter die muss die muss die reinziehen ich kann gar nicht gucken weil ich gerade im kampf gegen die titel zum bin ich bin du musst du musst ihn gleich angucken also das ist sogar ich schwöre ich mache das was hier so was hier heute passiert ist unnormal was hier heute noch noch unnormaler alter ich war gegen die wand da steht so ein spieler quer alter ich komme es nicht ganz so genannt aussprechen alter verschieden spieler quer an der wand ja ich fahre gegen die wand hängt mit dem von allen vier reifen an der wand und fahren noch an dem vorbei aber ich weiß was meine also ich war wieser war wieser war noch sagen auch die killcamp jetzt hier ist besser als von black ops 3 hier mit dem besten kill und so wird sich auch besser als in black ops 3 was dazu dazu also ich finde es eindeutig besser alter ich hab das ganze team weggefickt das ganze gegen ein team allein weggefickt also ich bin ein spieler jaaa endlich Alter sieben Runden die eine Sache willst du sehen sollen wir eine Wette machen nun Schosser Wetten Alter oder eine Frage wie lang denkst du werde ich brauchen meine Waffe Gold zu machen nicht sehr lange schätzt mal Minuten 15 Minuten ne mehr 100% mehr ich kann ja nicht 100 Volltreffer in einer Sekunde in einem Match machen dann sag ich mal so anderthalb Stunden ja könnte schon hinkommen Wettes ok besser nicht wetten sondern sagst du schafft das denkst du ja wenn man so wie im Fall ist es ist das Schuss glaub ich bin gut in diesem Spiel heute wird gesuchtet von Level 5 auf christlich 8 ich glaube ich stelle gleich mal ein äh eigenes Waffendesign ey wo sind die ganzen Karrechen schnell als ich alt was das denn Finnschatten ja die hat ja die Finnschatten gehabt das ist ja das keine Ahnung Alter weißt du was das Schlimmste sein wird die MGs auf Diamond zu kriegen finde ich oder oder ja ja für Diamond muss ich ja alle MGs auf Gold haben das ist schon schwer ich hasse MGs die schießen dann auch noch so langsam ja das ist ja mein Lieblingsschwunggewehr aus der Beta ja wieder am fliegen war alter legendär ja ja ich muss auf Headshots gehen nein oh jetzt da campen einfach drei Leute auf der selben Stelle wo sowas hast du die ich sie sehr sieben schon auf Level 2 ey nice hab den noch weggefleckt hab den noch weggefleckt ja die Headshots bei mir laufen gerade nicht so boah ich treffe bei Black Ops eigentlich so gut wie fast immer Headshot jeder Schuss ist bei mir Headshot obwohl ich das Spiel eigentlich so gut wie nur ein paar Mal gespielt habe ist bei mir jeder Schuss Headshot ja die Waffen verziehen ja auch nicht so ja die Waffen verziehen ja auch nicht so ja das aber jeden Black Ops das ist ja das Geile Mist ich musste ja die ich sehr sieben für ein Visier auf bestimmten Level bringen ja mit Visier kann ich auch besser zielen finde ich als Iron Man ich hab die schon auf Level 3 und ich hab erst seit gestern ich hab die erst seit ey ich verlasse das trennen gleich alter so jämmerlich dass sie immer alle schneller sind als ich alter ja mit seiner scheiß Pistole achja die Pistole muss ich ja dann auch auf Diamond machen will dann weiter so musste ich nachtladen ich muss mal kurz was einhören in ihr ja hier das hm Mosc Dann kommt einer von hinten. Nein, komm Junge, zieh doch mal, du scheiß Karre. Meine Güte, ey. Wieso will der mich damit töten, nur weil ich der Beste bin vom Team? Was, ich habe gerade eine 5er KD. Nice, oder? Es hat gesagt, ich hatte eine. Nein. Doch. Spannendes Rennen, Spannendes Rennen, oh mein Gott. Dann kommen die von zwei Seiten. Nein, nein. Nein, ich habe einen Bus. Ich hasse Helipopter. Alter. Alter. Alter, wie ist denn? Boah, Junge, unnormal Och, das ist der Pussycamper Wie süß Wie süß, so ein schöner Camper Der kann ja schön campen, Fickfotzer Geh mal, Rainbow, ich komm auch gleich Wie süß, der campen kann, oder? Oh, wie süß Ist auch keiner auf Ohrenson Ich komm jetzt kurz auf, ich spiel Später wieder Dings Okay, bis gleich 100% Morgen haben wir vier Stunden Ich glaub dir Auch vier Morgen hat die B, die A, die Geilkarte Ja, nur zwei Stunden, Uli, Bastard Dafür haben wir Mittwoch die Geilkarte Ich geh eigentlich nicht Eigentlich nicht, wenn, äh, zur zweiten, äh, wenn zur dritten Stunde kommen und so werden gehen, äh, gut ist Alter, dieser Moment hier gerade, ne? Luigi kriegt ja heute hier dieses Galaxy-Ding Was, 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 ein Galaxy, äh, der Galaxy-Skin kriegt Rucksack, äh, Gleiter und, äh, Spitzsacke Alter, ja, oha, der glückliche Junge Ich könnte Ich kenne Luigi's E-Mail-Adress und so, ich könnte Seine Skins auf beiden Account transferieren So ist es, ich hoffe, Rainbow hat sich Installer Einzelne sind schon aktualisiert So, kann man mal machen Okay, warte, ich geh jetzt in Rainbow rein Ich hoffe, es hat sich aktualisiert